Ich muss es anschauen, ob ich den nächsten Raum schaue, oder was? Hm. Diesmal muss ich ein bisschen öfter nach dem Datei schauen, nicht, dass es wieder mal am Flugzeug liegt. Das ist nicht so hoch, der Weg geht, aber hier ist doch der nächste Raum. Warnung! Feinde entdeckt! Hä? Hier, wo ich bin! Nicht so hoch! Der Weg geht jetzt wahrscheinlich wieder runter, das ist schon dämlich so weg. Oh, da haben wir gefasst immer drin. Ich muss noch was trauen. Ja, ich auch. Oh, die Schatten ist irgendwie von hier aus. Oh, das ist immer gut. Ja, wo die Schatten ist. Oh, nein. Auch von hier auf 4. Ja! Links geht's nicht. Hä? Wieso bin ich wieder da? Ich hab grad die Puzzeln eingesetzt. Voll komisch. Und schon wieder! Alter, was ist da los? Ach, hinter uns! Ach, das war's! Alter, Rob! Wie er alles gibt, um ihn zu heilen. Lass ihn, wenn ich nicht wieder verlieben werde. Ja! 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 Ja. La! Ja! Da oben ist noch einer. Da hat es hingeschossen. Da hoch. Ein Granatentief. Schau, da hat auch das Teil drin. Welches Teil? Das ist ein kleiner Diamantfleisch, ne? Nicht gemerkt, ich schaden jetzt 145% mehr. Mhm, besser ist das. Da wird noch einmal eingeliefert. Nein, das ist noch nicht. Verstecken bringt dich! Ja, ja. Ich bin noch nicht versteckt. Ähm. Ja. Ja. Ja, also. Und jetzt noch einmal. Einer nachher. Verdammt, das ist schon mal was. Mhm. Oh, oh. Oh, oh. Das hat uns funktioniert. Hm. Hm. Ich wollte nur rauslaufen, dass er die Hüte auf soll. Ja. 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 Ja, ja. Wie lange das gedauert hat. Na, ich habe noch einmal extra drauf geschossen. so feind wurden entdeckt auch wenn man da nicht hoch Das ist jetzt nicht hoch. Naja... Geh nicht hoch. Komm schon runter. Geh nicht hoch. Das ist nochmal ein Schaden. Aber wenn ich den Terms dabei war, ist dann Techniker. Mhm... das wird richtig groß sein. Aber ich kann fast nichts tun machen. Wenn ich mich umdrehe, dann... ... dann... Jetzt bin ich fast down. Oh, jetzt war's nicht mehr. Wie? Wie? Warte, die haben gleichzeitig eine Kampfrolle gemacht. Hm? Verschwinde! Da oben gerade die drei Gegner. Alter, meine Puzzle! Ja, das war's gemacht worden. Das war's gewohnt. Ja, ne, das nicht, aber das war bei mir von auch so. Ich hab' ja sogar noch die Weste an, mit der ich 10% mehr Schaden bekomme. Ja, Mann. Ja, Mann. Alter! Ich hab' ja gesehen, wie der da rumgeklettert wird. Oh, oh, oh. Ah, eins an der Brandwelle. Ich hab' ja gesehen. Und da hat er nur zwei mal den Buster gekocht. So, nur noch zwei Stück da, oder? Einer soll da sein, glaub' ich, nur noch. Ne, zwei. Verdammt. 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 Hey. Machst du das eigentlich, wenn du drei Bubs dann drauf hast? Ja, klar, der Mach und das. 44% so. Mhm. Weißt du, wo man hinlaufen muss? Hm, hier hinten. Mit mir. Burnung. Es wurden Gegner entdeckt. Schottig? Ja, schottig. Kommst du mir die schnelle Baume? Ja, mach's doch. Oh, da ist ja noch einer. Da kam die Ecke sich gestorben. Boah, ich weiß nicht, wo ich hier hingehen soll, Mann. Ich hab die Ecke gekämpft. Ich auch nicht. Wir können noch mal ein bisschen... Boah, es sind nicht mal so viele da, glaub' ich. Du brauchst einen Saat, wenn sonst nicht. Ich bin schottig. Komm schon, wenigstens zu Ende. Bleiben auf! Boah! Der eine, der setzt seine Befestigung nicht ein. Checkt es nicht, wenn man es fertig ist. Die haben eigentlich so wenig Fertigkeit. So lange dauert immer seitdem, oder was? Nein, Mann, der hat es voll. Die ganze Zeit schon. Ich glaube, dann mache ich lieber die andere Reihe, Mann. Wenn der Sonne nicht einsetzt, ist er nicht benutzt. In dem Modus komme ich auch noch ganz gut mit. Aber ich glaube, wir werden um ein Vielfaches stärker, wenn wir jetzt noch einen Techniker mit drin hätten, der uns den Schaden nach oben boostet. Natürlich, mir gibt es aber auch nur da und vom Leben. Doch, doch, klar, kommen wir nicht anbauen. Ja, aber ich glaube, das ist dann auch die Befestigung, wenn da 44 Schaden Ding ist. Und dann vielleicht noch meine Schadensminderung von den Fuzzeln dazukommt. Da war ich fast instant down und da ist alles aktiver, da konnten sie mich abschießen, als hätte ich für eine Tausendfähigkeit oder so. Also so kann es mir zumindest vor. So für den Anfang. Nein! Ha! Ich habe gerade richtig geguckt. Irgendwo hier ist ein... Oder war es oben? Ja, es war oben. Ich muss mal nochmal kurz hoch. Oder war es oben? Ja, es war oben. Ich muss nochmal kurz hoch. Also war es oben. Und zwar ganz gut. Irgendwo. Und zwar aber ganz gut. Und zwar ganz gut. Gut. Den Weg nach oben. Wie machst du denn das Dntl? So. Ja. So. Ja, was soll es. Warnung! Gegenern nähren sich. Rechts, we go, no. So. 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 Das ist ein Schraubchen. Ja, aber gut. Eins kommen wir da an. Ja. Da noch. Aber die Fälle befestig sind. Mhm. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Wieder von rechts? Nee. Von euch? Ja. Ja. Mhm. Oh, oh. Vorsicht hinter dir. Schau tief. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Das war ja der Sichtimpuls. Hm. Nein. Nein. Nein, nein. Ich habe mich, glaube ich, verkauft. Ich glaube nicht. Oh. Vorhin mit der Barriere, glaube ich. Da war das nicht die Barriere, sondern der Sichtimpuls. Ich weiß nicht, dass ich die Schaden ausfahre. Der halt, dass es nicht stackebar ist. Oh, nein. Oh, nein. Ich habe mich nicht einfach zu fassen. Wie ist das? Oh, nein.